Musik Wir sind heute hier auf der Chefsache Messen funktionieren, miteinander reden, verkosten, probieren, inspirieren. Wir freuen uns jetzt schon auf den Februar, wenn wir das in Stuttgart auf der Intergastra wieder erleben dürfen. Hallo, mein Name ist Daniel Schade. Ich bin Präsident des Verbands der Kirche Deutschlands und freue mich auf die Intergastra im Frühjahr 2022, denn nichts ist wichtiger als der persönliche Austausch. Für uns Kirche ist das Fühlen, Schmecken, Sehen, Riechen so wichtig. All das wurde uns in den letzten anderthalb Jahren nicht gegeben. Deswegen freuen wir uns auf die Intergastra im Frühjahr 2022, wo auch wir als Verband der Köche auf die Olympiade der Köche in 2024 hinweisen. Ja, gerade jetzt nach der Pandemie ist es sehr wichtig, dass sich die gesamte Branche orientiert, den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen sucht, was wir für einen Neustart, für einen Durchstarten in der Branche alles Neues anbieten können. Und da bietet die Intergastra alle Möglichkeiten, sei es für die Küche, sei es für den Service im Hotelbereich, neue Ideen zu sammeln, die zu Innovationen werden für den eigenen Betrieb. Und ich kann Sie alle nur einladen, besuchen Sie die Intergastra, eben die Plattform für Gastronomie und Hotellerie. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020